So, Freunde, mir geht's beschissen, ihr hört's wahrscheinlich. Hallo erstmal, ich hab mir vor ungefähr einer Stunde in die Ibu reingezogen, also zwei, zwei, vierhundert da. Das ist normalerweise, haut mich das um. Jetzt wirkt es doch nicht so ganz, ja, mal gucken, ob ich das heute überlebe. Jedenfalls hab ich einen großartigen Gast. Ich hoffe, er kann mich hören. Herr Tavassoni, können Sie mich hören? Das tue ich. Oh oui! Oh oui! Das ist real. Wow! Die Operation ist abgeschlossen und die Tachika ist deswegen nicht mehr notwendig. An der Seite von dir, Kasper, fühle ich euch, ja, heute, also mal ungewöhnlicherweise, ein autistischer Transmuslimer durch den Abend, weil Schlomo ist verhindert. Ich hab dich gerade schon misgendert, fällt mir da ein, also da wären jetzt 10.000 Euro fällig, glaube ich, ne? 10.000 Euro, direkt. Scheiße, Alter. So einfach ist das zukünftig, ne? An den Schlomo-Fonds. Alles klar, wir haben ja gestern schon telefoniert, da war auch Trump kurz Thema und du sagtest, dass du wohl Trump wählen würdest, wenn du könntest. Und als du das gesagt hast, war mir klar, dass du den Trump-Artikel vom Stern noch nicht gelesen hast. Hab ich tatsächlich noch nicht. Das sind Donald Trumps drastische Wahlversprechen und deren Folgen. Wer Donald Trump im Wahlkampf zuhört, fühlt sich in alte Zeiten zurückversetzt. Weg mit grünen Energie, her mit alten Wirtschaftsvorstellungen, seine wichtigsten Wahlversprechen. Beim Thema Wirtschaft droht den US-Bürgern das, was der Stern Steuergeschenke nennt. Dazu will er seine Steuergeschenke aus der ersten Amtszeit verlängern und mit den Abgaben noch weiter heruntergehen. Wie findest du das, dass der Staat den Bürgern weniger in die Tasche greifen will? Wie ich das finde? Überzeugt dich das so ein bisschen, dass Trump vielleicht doch der Teufel Menschenstaat ist? Ich kenne jetzt den Antikel nicht. Es gibt ja viel aus dem Project 2025, was irgendwie zirkuliert. Nein, 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 wir sind gerade beim Thema Wirtschaft und Steuergeschenke. Genau, das hat er ja 2016, als er gewählt wurde, gemacht. Er hat Steuern gesenken können. Und das hat die Wirtschaft enorm angekurbelt. Die von euch, die damals Aktien, die amerikanische Aktien, die haben das ganz deutlich in ihrem Portemonnaie gemerkt. Also Steuersenkungen sind natürlich, wenn sie vernünftig finanziert sind, was gut ist. Da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Hast du von Elon Musks scheinbar zukünftigem Job Doge gehört? Nein, noch nicht gehört. Ja, weil man, okay, also Doge, dieser ewig alte Gag, er ist ja so jemand, der diesen Doge-Coin immer wieder auf meistens lustige Art promotet. Und Musk hat dann vor drei Monaten oder so was wieder so einen Doge-Joke gemacht. Er strebt nämlich ein Amt an innerhalb der dann neuen Trump-Administration. Den Titel, den er ganz gerne haben möchte oder das, was er gerne machen möchte oder leiten möchte, ist das Department of Government Efficiency. D-O-G-E. Doge. Und da will er letztendlich die Staatsausgaben massiv reduzieren. Im Laufe der Jahre liegen diese übrigens bei 6,75 Billionen Euro. Das hat jetzt übrigens mit dem Sternartikel nichts zu tun, aber ist nebensächlich. Und er will diese Ausgaben um mindestens 2 Billionen Euro kürzen. Schafft er das? Wie gesagt, ich hab persönlich keine Ahnung. Die Frage war sich gerade ernst gemeint. Ich bin mir nicht sicher, dass die USA, wie auch Deutschland, Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden aus dem Fenster werfen. Ja, aber es stehen ja unten Leute, Speichelecker, die das Geld, was aus dem Fenster geworfen wird, einsammeln. Und werden darauf bestehen, dass es weiter aus dem Fenster geworfen wird. Na klar. Das ist das Problem. Also ich sehe das schon ein bisschen kritisch, wenn Menschen mit so offensichtlichen Eigeninteresse wie Elon Musk sich in der Politik einmischen. Also ich meine, es ist klar, dass er was Gutes tut mit Twitter, mit der Meinungsfreiheit, aber es ist auch klar, dass er natürlich ein eigenes Interesse dran hat. Und dass zum Beispiel, ja, vielleicht Zölle ihm den amerikanischen Automarkt gegenüber chinesischen und deutschen Autofirmen sozusagen abschirmen und dort auch für Tesla Profite bringen. Er hat Interesse, weitere Aufträge für SpaceX zu kriegen. Da ist er natürlich auch an großen staatlichen Programmen, wo jetzt die Mehrheit der Bevölkerung nicht so direkt was von hat. Kann man sich drüber streiten. Ich finde Raumfahrt und Raumforschung finde ich sehr sinnvoll. Aber es gibt Leute, die sagen, ich möchte erst mal Insulin haben. So, gibt es viele in Amerika von. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Ich finde es in dem Fall gut. Aber die Demokraten haben, also die Democratic Party hat das ja, haufenweise haben die irgendwelche Milliardäre, die sie unterstützen. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn er in der Regierung selber wäre. Weil dann müsste er eigentlich seine anderen... Ist kein Regierungsamt, so was ich weiß. Also es wird dieses neue Department geben und er wird da irgendeine Funktion einnehmen. Aber also er wird nicht zum offiziellen Regierungsvertreter oder sowas. Aber arbeitet letztendlich für die Regierung mit dieser Behörde. Also es wird doch keine neue Behörde gegründet, sondern halt ein Department. Was entspricht einem Department? Nicht zweischlafen... Ich stelle eigentlich schon eine Behörde. Aber gut, ich... Gründen die wirklich neue Behörde? Ich glaube eben nicht. Das ist ja immer der gute Witz. Bürokratieabbau, was macht man? Gründet erst mal ein Amt für Bürokratieabbau. Ja, das ist halt das Problem. Das wird dann immer mehr. Ich denke, das ist nicht so der Fokus. Der Fokus ist, es wird Meinungsfreiheit verteidigt. Wir kommen viel zu weit vom Thema weg. Wir kommen viel zu weit vom Thema weg. Der Punkt ist einfach nur der, dass der Staat Geld aus dem Fenster wirft. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Ja. Das habe ich, das ist eine Pressemitteilung vom Department of Defense Office of Inspector General. Und das sind Seifenspender. Guckt mal, liebe Zuschauer. Ich habe da mal zwei Seifenspender. Rechts das handelsübliche Modell, links das Modell der Air Force. Wie viel teurer ist der Seifenspender auf der linken Seite? Wahrscheinlich 1,200 mal teurer. Alter Schwede, okay, da hast du ordentlich raufgelegt. Ich löse mal auf. Eines der zwölf Ersatzteile beinhaltete einen Seifenspender für Waschräume, für den die Duftwaffe mehr als das 80-fache des handelsüblichen Preises bezahlt hat. Also, ich wollte damit nur verdeutlichen, die Kohle wird aus dem Fenster geschoben. Das ist aber gar nicht schlussengewöhnlich. Nee, das ist tatsächlich nicht. Ist das so? Also, normal, das ist eine Pressemitteilung des Department of Defense Office of Inspector General. Ich glaube nicht, dass der das zum Spaß verfasst hat. Also, auch der wird was schütteln. Das ist ungewöhnlich. Ja, klar. Aber ich meine, es geht da um ein paar hundert Euro im Endeffekt. Ein Seifenspender kostet nichts. Du hast halt im Rüstungsbereich immer das Problem, dass du besondere Anforderungen hast. Du musst zum Beispiel für viele Jahrzehnte Ersatzteile und so bereit halten. Das ist beim Seifenspender nicht der Fall. Aber wenn du ein neues Kampfflugzeug zum Beispiel in den Dienst stellst. Deswegen ist das manchmal ein bisschen zu vereinfachend, wenn man sich dann über sowas aufregt. Aber da gibt es massiv Verschwendung, klar. Das Interesse ist einfach nicht da. Wer profitiert davon, wenn man da was zusammenkürzt? Der Steuerzahler, ja. Aber wenn du da Beamter bist und du hast die Möglichkeit, das zusammenzukürzen, dann hast du halt Lobbyisten, die dich absägen wollen. Okay. Zurück zur Rahmenhandlung. Zur Erinnerung, der Stern versuchte hier den Trump madig zu machen. Zu den wichtigsten Wahlkampfthemen gehört die Einwanderung und dazu hat Donald Trump auch bereits präzise Vorstellungen. So sollen aber Millionen illegal in die USA eingereisten Menschen kurzerhand abgeschoben werden. Ist das based as fuck oder bist du generell gegen Abschiebungen wie Amira Mohamed Ali, die Parteivorsitzende des Bündnisses Sarah-Bahn-Knecht? Ich habe mit Amira länger nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das ihre Position ist. Das war ja ihre Position, als sie Fraktionsvorsitzende der Linkspartei war. Da hat sie, glaube ich, für Sarah auch einen gewissen Dienst getan, weil Sarah sich das nicht mehr antun konnte und hat dieses Amt übernommen. Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann dir sagen, illegale Migration ist in Amerika ein riesiges Problem. Die Leute werden tatsächlich auch extrem ausgebeutet, kriegen meistens noch nicht mal den, in Amerika teilweise relativ hohen Mindestlohn. und sind natürlich ein Problem, was jetzt im Wahlkampf thematisiert wurde, weil es einfach nicht mehr zu leugnen ist. Jeder Amerikaner hat das, fast jeder Amerikaner, insbesondere die in den Grenzstaaten, haben das Problem mit eigenen Augen sehen können und sagen, das geht nicht. They're eating the cats, they're eating the dogs. Das ist ein genialer Moment, oder? Ich glaube, da hat er die Wahl schon gewonnen. Warum war das genial? Weil du hast in Amerika, wie in Deutschland auch, einen demografischen Wandel. Du hast viele alte Leute, Rentner und Senioren, die die Wahl bestimmen. Und da funktioniert dieses alte Ding von, die nehmen uns die Arbeitsplätze nicht, weil die sind ja schon in Rente. Und vielleicht haben die auch keine Kinder oder finden ihre Kinder scheiße. Die sehen nur, ja, ist doch super. Da kommt ein Mexikaner, der mäht mir den Rasen. Also da muss man sich was Neues ausdenken in so einer überalterten Gesellschaft. Und das finde ich, ist Trump da wirklich genial gelungen. Also sprich, es ist based as fuck. Bist du Team Amira Mohamed Ali, die da sagte 2018 bei einem Interview mit Tido Jung, dass sie generell gegen Abschiebungen ist und das auf Nahverhandlung bekräftigt hat? Oder sagst du, based as fuck, Alter? Das hätte wirklich nichts mit Amira zu tun. Ich weiß wirklich nicht, was sie dazu heute denkt. Die Frage ist die, ist das glaubhaft, wenn eine Frau 2018 noch gesagt hat, dass sie generell gegen Abschiebungen ist, gegen jede Form von Abschiebungen, dass sie mir heute einen auf Grenzen dicht macht? Ist das glaubhaft? Also dir ist ja klar, dass das BSW kritisch beäugt wird, wenn man davon ausgeht, dass das BSW ein weiteres Instrument ist, um die AfD zu verändern. Also, dass Projekt Umfolgung halt weitergeht. Das ist ja die heilige Kuh, die heilige Kuh der deutschen Politik ist ja... Hast du jetzt die AfD in die Macht kommt oder dass sich die herrschende Politik ändert? Das Problem ist, dass ich diese Wahlmöglichkeiten nicht habe. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest... Wer bietet mir denn Abschiebungen glaubhaft an, abgesehen von der AfD? Also ich kenne den Olaf Scholz ja schon ein bisschen länger, ne? Und ich muss euch mal ein Geheimnis verraten. Der hat 2001 hier in Hamburg, hat er die härteste, rassistischste Politik gegenüber Flüchtlingen durchgesetzt. Weil er dachte, dass er damit als Innensenator die SPD in Hamburg an der Macht hält. Ist nicht gelungen, kann Schildparteien und so weiter. Aber ich glaube, wenn du sagst, Politiker sind... Der selbe Mann hat uns Abschiebungen im großen Stil angekündigt. Und was dann passiert ist, dass man weitere 10.000 Afghanen auf direkt den WG eingeflogen hat. Bewohner eines Landes, in welchem zu 99% die Scharia gut geheißen wird. Okay. Was ist mit dem Landrat in Thüringen, der von der AfD gestellt wird? Ich, keine Ahnung. Wie leidet die Frage? Ich weiß nicht, welcher Landrat ist. Wer ist denn der Landrat, der von der AfD gestellt wird? Ach, du meinst ja diesen, nicht, nicht, äh, 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 in Sonneberg oder so? Ja, 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 in, in Dings, in Sonneberg. Heißt das Sonneberg? Sonneberg. Ja, weiß nicht, was ist denn da? Also ich weiß, ich hab das mitbekommen. Da sind die meisten Flüchtlinge zugewiesen worden. Naja, zugewiesen worden hieß ja wieder, der Mann kann dafür nichts. Nämlich, ich weiß doch, dass da, ähm, bei, bei der Debatte Vogt-Höcke, äh, meine ich, ging es kurz um dieses Thema. Und, äh, da hat sich dann, äh, der Herr Sessemann aus Sonneberg auch nochmal kurz zu Wort gemeldet und angemerkt, dass, so wie es dort dargestellt wurde, ist es schlichtweg nicht korrekt. Ich meine, der hat einen CDUler dafür verantwortlich gemacht. Also nicht im Sinne von, du trägst die Verantwortung, du Idiot, sondern ein CDUler hatte diesen Posten schon seit langem inne und hat diesen dann halt weitergeführt und offensichtlich nach oben weitergegeben. Ja, ja, wir haben das alles im Griff. Ich, ich meine, da ging es auch um, um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Flüchtlinge und dann hat Herr Vogt stolz verkündet, dass, dass, äh, man, äh, es dort geschafft hätte, irgendwie die Leute in Arbeit zu bringen und dann kam raus, dass die für 80 Cent die Stunde ihre eigene Unterkunft putzen. Also, verworrener Fall. Aber worauf willst du hinaus? Also, worauf ich hinaus möchte, ist, dass da natürlich am meisten Flüchtlinge in diesen Landkreis gesteckt werden. Wenn Höcke jetzt Ministerpräsident wäre, dann würden andere 15 Bundesländer zusammenkommen und dann würden wahrscheinlich plötzlich ganz, ganz viele Flüchtlinge in Thüringen landen. Ja, so ist damals der, der gute, wie heißt er, das lustige Leben als Weißbrot ist bald vorbei. Steier, äh, Axel Steier, Axel Steier von, boah, seenotrettung.de oder so eine Scheiße, ja, der da sagte, dass man gegen die AfD ganz einfach vorgehen könnte und das wäre, äh, letztendlich ein Bevölkerungsaustausch. Ja, oder was auch der Grüne, Herr Striegel, gefordert hat auf YouTube 2016, glaube ich. Ich zitiere, Zuwanderung bis zum Volkstod. Hat er dann gelöscht und seinen Twitter-Account direkt mit. Der selber war übrigens, der, was hat er noch gemacht, wofür ist der bekannt, der Herr Striegel? Weißt du das? Der hat den Herrn Höcke angezeigt. Dafür, dass der Höcke gesagt hat, ich zitiere hier, alles für Deutschland. Also jemand, der selber auf Twitter geschieben hat, 2016, Zuwanderung bis zum Volkstod, der hat Höcke dafür angezeigt, dass er gesagt hat, alles für Deutschland. Ja, alles für Deutschland ist, äh, etwas völlig unkontroverses aus meiner Sicht. Was Höcke gemacht hat, also es gibt ja einige Sachen, die ihm zugeschrieben werden, die er abstreitet, unter Pseudonym, aber was er nun gesagt hat, ist das Denkmal der Schande. Das geht nicht, ähm, aber... Ich meine, auch da, auch da hat er nur den ehemaligen, ähm, Chef vom Spiegel letztendlich zitiert, ne? Hat nicht Augstein exakt das selber gesagt, dass das ein Denkmal der Schande ist? Wie würdest du das denn klassifizieren? Ich bin doch kein Fan von Augstein, aber, äh, genau. Also, ja, es ist, äh, es ist, äh, es ist nicht einfach eine Schandtat. Und, äh, es ist klarzustellen, dass, dass dieses Denkmal kein Denkmal der Schande ist, was ja doppeldeutig ist. Da kannst du dann, äh, darunter verstehen, dass es eine Schande ist, dass es dort ein Denkmal gibt. Das kannst du verstehen, wie du es jetzt gesagt hast, dass es richtigerweise eine, äh, Schande für dieses Land ist, dass, das Land ist, in dem der Holocaust Jeschua verübt wurde. Aber, äh, diese Doppeldeutigkeit ist halt das Problem dabei. Ich weiß gar nicht, was da die doppeldeutige ist. Also, mein Denkmal der Schande ist. Du kannst das so verstehen, dass es, dass es eine Schande ist, dass dort ein Denkmal, äh, an diese Tat erinnert, die du dann nicht als Schandtat. Ja, ich würde da tendenziell eher wohlwollend interpretieren. Ja, aber bei Augstein haben wir das ja damals auch getan. Ja, ich meine, dass sich Henrik Ambruder gegen dieses Denkmal ausgesprochen hat und das ziemlich blöde fand. Also, weiß nicht, ob das wirklich diese, diese zweite Interpretation braucht, weißt du? Das ist etwas, was ich sage, es ist auf jeden Fall schlecht, dass er das gesagt hat. Äh, alles für Deutschland ist eine Sache. Das wurde, glaube ich, weiß nicht, was die SS oder wer auch immer das als Wahlspruch hatte oder so, ähm, aber das sind ja Worte, die durchaus auch anders verstanden werden können und jetzt nicht unbedingt heißen, dass man sein eigenes Land über was anderes stellt. Ich meine, das, was weiß ich, bei Fußball übertragen, kannst du das auch hören. So, jetzt, Jungs, gib doch mal alles für Deutschland, äh, jetzt sind wir Weltmeister, ich will so ein Scheiß, ne? Ja, ne, dazu kommt dann noch, dass das erst seit 2006 überhaupt illegal ist, vom, ich hab's schon vergessen, war eben nicht das Münster-Landgericht, sondern irgendein anderes, der Thema Kurz hat entschieden haben, irgendwie 70 Jahre nach Ende der SA, wir machen das jetzt mal illegal, das zu sagen. Und dann wird der Herr Möcke ja vorgeworfen, er sei ja Geschichtssehrer und müsste das wissen. Als würde er regelmäßig Updates bekommen, eher ein Newsletter, was jetzt für geschichtlich relevante Aussagen plötzlich illegal sind. Er hat's ja nochmal wiederholt, ne? Da kann man sagen, ja gut, also da wusstest du's dann. Aber gut, das Ding ist noch nicht endgültig entschieden, er ist ja nicht rechtskräftig verurteilt, von daher, gucken wir mal, was da noch passiert. Ich bin gespannt. Ich problematisiere mal, dass du sagst, das ist rechtskräftig, weil ein Gericht das entschieden hat. Also du hast das Recht, eine eigene Rechtsauffassung zu haben und ich denke, man sollte sich da auch seines eigenen Verstandes bedienen und ermächtigen und sich fragen, was fällt unter die Meinungsfreiheit. Da sollte man die maßgeblichen Urteile des Bundesverfassungsgerichts mal zu lesen. Die sind sehr interessant. Ich glaube, du verwechselst meine Anmerkung, dass dort jemand rechtskräftig verurteilt wurde, mit meiner Zustimmung dafür, dass das so geschehen ist. Also ich bin ja trotzdem nicht für dieses Urteil. Ich finde das Urteil schwachsinnig. Ja, und trotzdem ist die Aussage von vorne bis hinten korrekt. Da ist jede Silbe korrekt. Ja, er ist rechtskräftig verurteilt, weil wir bei Schlomo sind. Ja, Höcke ist das eben nicht. Nehmen wir Beispiel, ist wahrscheinlich das bessere Beispiel, Derek Chauvin, der ja rechtskräftig verurteilt wurde. Der Mann ist unschuldig, wie ein Mann unschuldig sein kann am Tode von George Floyd. Ja, also da bin ich ganz bei dir. So, und trotzdem ist er nun mal rechtskräftig verurteilt und sitzt im Knast. Dann würde er nicht mehr rauskommen. Wir kommen schon wieder zum Thema ab. Wenn er Polizisten hat, die zusammenstehen und Polizeigewerkschaften, die sich da einsetzen für ihn, für mich ist es nicht so ein wichtiges Thema, weil Derek Chauvin hat nicht für die Meinungsfreiheit gekämpft. Der hat dann Dienst als Polizist getan. Ja, aber er ist ein politischer Gefangener. Also der ist der BLM-Sache geopfert worden. Dieser Mann ist ein Opfer, was die Demokraten für ihren Wahlkampf bereit waren zu erbringen. Ich glaube, wir kommen zu weit vom Thema ab. Wir waren gerade beim BSW. Ja, ich habe doch noch eine Frage. Der Christian Laie, der Generalsekretär, der forderte ja, die Schleusertätigkeiten auf dem Mittelmeer staatlich zu finanzieren. Ich habe hier mal ein Zitat aus der Welt. Der BSW-Generalsekretär unterstützte 2018 Sea-Watch 3, das Seenotretter-Schiff von Carola Rakete, und forderte eine staatliche, zivile Seenotrettung großen Stils. Die Abschottungspolitik der EU hingegen verurteilte er vehement. Ist das based as fuck, oder ist das geisteskrank und bösartig? Also es ist ja, du merkst es, es sind relativ alte Zitate, und das liegt einfach daran, dass man sich damals, die Leute, viele von denen kenne ich auch enger, Christian Laie nicht, der ist ja in der NRW, aber die waren in der Linkspartei, und das war führig. Ich sag mal, ich habe am Anfang der Sendung das Wort Takria gesagt, da mussten einige ihre Meinung teilweise auch zurückstellen, um überhaupt in Positionen gewählt zu werden, und dann zum Beispiel in der Bundestagsfraktion bestimmte Entscheidungen auf Einfluss zu können. Sag mal, Takria im Sinne von Lügen, oder was? Das hast du jetzt gesagt. Also da bin ich dann... Nee, also wir reden hier von dem Wort T-A-Q-Q-I-Y-A. Von diesem Wort reden wir. Ja, und das ist in dem sunnitischen Islam ist das ja ein Schimpfwort. Und im schiitischen Islam ist das was, was als, ne, also das Gebot für Gläubige, die in einer schwierigen Situation sind, gilt. Also da kann man sich so oder so... Ich bin da auch ziemlich autistisch, ich habe ja eine Diagnose. Ich sage gern die Wahrheit. Ich sage gern, was ich denke und denke, was ich sage. Und wenn Leute das für sich für sinnvoll erachten, die sind dann in die Bundestagsfraktion gekommen, die hatten damit die Möglichkeit, so eine parlamentarische Gruppe um Sarah herum zu gründen und zum ersten Mal, ja, seit der AfD eigentlich eine neue Partei auch zu gründen, die Chancen hat, wirklich das... Ja, also jetzt sind sie in drei Ländern in Koalitionsverhandlungen. In Thüringen bin ich von dem, was da vorgeschlagen wurde, ziemlich getrauscht. Aber auch, weil sie AfD-Positionen übernommen haben. Ich weiß nicht, ob das AfD-Positionen, also wenn es einfach die Positionen sind, die die Mehrheit der Bevölkerung vertritt, wenn die Mehrheit der Menschen sagt, wir wollen keinen Krieg mehr in Europa und du sagst das auch, ist das dann eine AfD-Position? Ja, nee, die ist jetzt nicht so eindeutig. Thema Zuwanderung und Abschiebungen. Das ist ganz klar eine AfD-Position. Und da haben sich also extremst hohe Persönlichkeiten aus dieser neugeründeten Partei, also immerhin der Generalsekretär und die Vorsitzende, vor sechs Jahren noch komplett konträr geäußert und behaupten jetzt das Gegenteil von dem, was sie damals sagten. Und das soll ich glaubhaft finden? Also sag du es mir. Nee, du sollst glaubhaft finden, glaube ich, dass sie hinter Sarah stehen. Das muss man abwerten, ob das stimmt. Aber bei Sarah war es... Nee, es geht um die Zuwanderung und um die Abschiebung. Ja, aber Sarah hat es schon 2015 gesagt. Wer Gastrecht missbraucht hat, Gastrecht verwirkt. Und Scholz hat erst vor einem halben Jahr gesagt, dass er Abschiebungen im großen Stil durchführen möchte. Und dann ist gar nichts passiert. Seit dessen gab es die nächsten 10.000 Afghanen aus Afghanistan. Also darum, warum glaubst du denen denn? Ich denke, das Recht auf Asyl, das ist aus einem Grund in unserer Verfassung. Weil viele Deutsche, die diese Verfassung mit verfasst haben, die Mütter- und Vätersgrundgesetzes, die haben selber die Erfahrung gehabt, dass sie nur dank des Asylrechts, des Asyls, was ihnen in anderen Ländern gewährt wurde, den Faschismus überlebt haben. Ja, aber nicht am anderen Ende der Welt, ne? Teilweise war es in Shanghai. Da mag es aus der Ausnahme gegeben haben. Aber das deutsche Asylrecht sieht nicht vor, dass du 5.000 Kilometer zurücklegst, damit du dann hier in Deutschland sicher bist. Also ich finde, es ist immer die bessere Wahl, wenn du sagst, ich möchte Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern nicht akzeptieren. Dann ist es besser, wenn du sagst, ich gewähre zum Beispiel von Saddam Hussein im Irak, ich gewähre Menschen, die dagegen kämpfen und das da vor Ort nicht mehr können, weil sie sonst hingerichtet werden, Asyl, als dass ich da Soldaten hinschicke. Was, schätzt du denn, wie hoch der Anteil dieser Leute in Afghanistan zum Beispiel ist? Die da also weg wollen, weil sie das Regime nicht befürworten oder so? Erstmal hat Afghanistan eine katastrophale wirtschaftliche Lage. Das ist, glaube ich, bei vielen auch... Das ist kein Asylgrund. Das sollte kein Asylgrund sein. Aber das ist natürlich ein Grund... Das ist kein Asylgrund nach deutscher Rechtsprechung. Ich bin dabei. Die Praxis ist, dass Leute, die aus wirtschaftlicher Motivation nach Deutschland kommen, Asyl bekommen, weil sie andere Gründe angeben. Das ist einfach Praxis. So müssen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Ich sage, das ist, glaube ich, bei vielen eine Motivation. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich in der Zeit der Besatzung durch ausländische Truppen, da war es zeitweise in Kabul möglich, sich relativ pro-westlich zu äußern, Frauenschulen aufzumachen etc. Nicht immer. Und man hatte immer die Angst, dass man Terrorangriffen zum Opfer fiel. Aber das gab es. Und diese Leute sind natürlich markiert. Und ob die da sicher leben können, stelle ich mal in Frage. Was passiert denn, wie hoch der Prozentsatz dieser Leute ist? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass zum Beispiel die Bundeswehr viele, viele Übersätze hatte. Und die werden von einigen als Kollaboratöre angesehen. Und da muss ich dann sagen, ich fand den Bundeswehreinsatz in Afghanistan völlig falsch. Auf jeden Fall. Ja, es ist dann aber auch ziemlich scheiße. Man sagt so, ja, ihr habt mit uns zusammengearbeitet und Leute wollen euch jetzt abschlachten. Das wollen sie nicht. Das stimmt ja schon nicht. Also zum einen wurden die exzellent vergütet. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die verdient haben. Wenn das damals in der Honigwabe ausgerechnet, ich meine, rückübersetzt auf Deutschland ist das, ich weiß nicht ganz genau, ein Gehalt von 6.000 Euro im Monat oder sowas. Netto. Also es war ein abartiger Lohn, den die eingestrichen haben dafür. Und die deutsche Presse und die Regierung ist für bis heute ein Beispiel schuldig. Eins für einen Afghanen, dem ein Haar gekrümmt wurde, weil er als Übersetzer oder ähnliches tätig war für die Deutschen. Es gibt nicht einen, nicht einen, wie Jean, bekannten Fall von einer Person, der ein Haar gekrümmt wurde, weil sie für die Deutschen übersetzt hat oder ähnliches. Das Beste, was das ZDF damals auskramen konnte, war ein Toter durch einen Terroranschlag. Der Terroranschlag hat aber nichts damit zu tun, dass er selber Übersetzer für die Deutschen war. Ja, ich hoffe, dass du recht hast. Also ich meine, ich habe das ja tatsächlich, als die Deutschen drum abgezogen sind, habe ich das ja ungefähr so im Fernsehen gesagt und daraufhin ging ein Shitstorm ohnegleichen los. Tatsächlich haben ja da einige führende AfD-Politiker, ich glaube, Meuthen ist jetzt aber raus aus der AfD. Meuthen hat mir irgendwie unterstellt, ich wäre irgendwie Taliban-Sympathisant, weil ich genau diese Hoffnung geäußert habe, dass vielleicht es nicht unbedingt alles schlechter wird. So, dass vielleicht nicht alle Menschen da, die was Kritisches sagen, direkt umgebracht werden und dass vielleicht irgendwann die Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, den Taliban so auf die Nerven gehen, dass sie sagen, okay, wir lassen das mal. Also, lass doch mal die Frauen ran. Das war meine Hoffnung, es war ein bisschen satirisch überspitzt, aber da haben Leute gesagt, das kannst du nicht sagen. Denk doch an die Menschen vor Ort, das ist doch purer Hohn. Und jetzt sagst du mir zwei Jahre später quasi genau das. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß nicht, wie die Lage vor Ort, ich höre unterschiedliche Sachen. Ich kann verstehen, wenn Menschen Angst haben. So. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass man Menschen hier ist. Okay, aber dass Menschen Angst haben, sollen wir sie denn hier auf direktem Wege einfliegen? Oder wie machen wir das? Passiert das? Ich sehe das nicht. Ja, wir fliegen Afghanen aus Afghanistan auf direktem Wege hier ein, zehntausendfach. Ich meine, seit der Ampel sind es 40.000 oder 50.000. Also, wir hatten dort damals der letzte Stand, der ist von, ich muss raten, 2018 oder sowas. Da hieß es, wir hatten dort 2.000 Ortskräfte oder sowas. Und von diesen 2.000 Ortskräften sind mittlerweile 40.000 oder sowas in Deutschland. Und wir machen weiter. Wer macht ja weiter? Trotz dieser Skandale um die Visa-Vergabe zum Beispiel, die unsere Pression uns auch nicht interessiert, wo man auf Sicherheitsüberprüfungen verzichtet hat und so, oder bis das Ergebnis dieser Sicherheitsüberprüfung ignoriert hat, die Entscheidung, wer darf nach Deutschland wird gefällt von irgendwelchen NGOs und die Bundesregierung möchte nicht preisgeben, welche NGOs das sind. Ich finde das nicht normal. Und ich finde das nicht normal, dass wir Leute importieren aus einem Land, wo 99% der Bevölkerung die Scharia befürworten. Wir haben jetzt bereits mehr als 1% der Afghanen in diesem Land hier. Menschen importiert man nicht. Du, für mich ist das eine politische Ware. Das ist ein Projekt, ein Projekt, sich hier die eigene Wählerklientel. Ich weiß, was du meinst. Du willst sagen, Arbeitskraft wird importiert. Sie arbeiten ja nicht. Das wäre wie was anderes. Aber sie arbeiten ja nicht. Also die Flüchtlinge, die wir im Großen und Ganzen haben, anekdotische Evidenz, im Großen und Ganzen arbeiten diese Leute bestenfalls einfachste Jobs und in etwa die Hälfte arbeitet überhaupt. Ein Viertel grob arbeitet sozialversicherungspflichtig. Hast du iranische Wurzeln? Nein. Ich habe wirklich, also kein Schade, ich habe gerade das Gefühl, ich spreche mit einem Iraner. Das ist genau das, was mich an diesem iranischen Rassismus gegenüber Afghanen halt immer stört. Und das hört man im Iran sehr häufig. Da gibt es glaube ich 5, 6 Millionen. Es gibt kein Land, wo es mehr afghanische Flüchtlinge gibt. Das ist 1 zu 1. Könnt ihr sich zu sprechen mit dem Iraner? Aber ist das nicht witzig? Ist das nicht witzig? Obwohl ihr teilweise dieselbe Sprache sprecht? Haben die Iraner keinen Bock auf diese Leute? Und ich soll sie hier willkommen heißen? Afghanistan ist ein Land mit langer Geschichte und es wurde zerstört. Ja, erstmal von der Sowjetunion und den Amerikanern, die dort unterschiedliche Gruppen unterstützt haben. Die Sowjetunion, die Kommunisten, dann hat sie eigene Soldaten. Die Amerikaner haben dann unter anderem Osama Beladen dahin geschickt und bewaffnet. Haben sie später vielleicht auch bereut. Und dann gab es nochmal einen Kriegseinsatz. Und das ist... Das mag alles sein. Meine Frage ist die, ist es nicht bemerkenswert, dass diese beiden Länder, die sich kulturell erheblich näher sind, als wir es Afghanistan sind, dass es dort schon Reibereien zu geben scheint? Obwohl man teilweise dieselbe Sprache spricht. Spricht man in Afghanistan Farsi? Du sprichst im einen Teil Dari und im anderen Teil Pashtu. Und Dari ist quasi Farsi, genau. Aber das zeigt, dass es kein kulturelles Thema ist, sondern es kommen dann Menschen im Iran an, die wirklich am Bodensatz der Gesellschaft sind, sozial, weil sie kein Vermögen haben und die Sozialsysteme auch belasten. und sozusagen, was weiß ich, bei der Abendspeisung sind dann halt ganz viele Afghanen dabei und dann sagen, die armen Iraner sagen dann, ich habe eh schon nichts zu essen und jetzt steht dann noch ein Afghane bei mir in der Schlange. Der soll mal zurück. Das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, weniger kulturell bedingt ist und viel mehr wirtschaftlich. Okay. Wieder zurück zu... Aber da haben wir unterschiedliche... Ich bin ja als Marxist, habe ich ja schon so einen Schwerpunkt auf ökonomischen Themen und du bist, glaube ich, eher in der kulturellen Sphäre. Hängt aber zusammen. Hängt zusammen. Naja, also der Punkt ist der, dass uns die Zuwanderung aus Ländern dieser Art in keinem Punkt von Vorteil ist. In keinem. Weder kulturell, noch wirtschaftlich, noch sicherheitspolitisch. Alles, alles, was dieses Thema berührt, wird negativ beeinflusst. Wohnraum, nächstes Beispiel. Es gibt nicht ein Argument, nicht eins, für Zuwanderung aus, zum Beispiel Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak und so weiter. Nicht eins, es gibt nicht... Bitte, schieß los. Mach mir Zuwanderung aus Afghanistan schmackhaft. Ich gar nicht. Du hast jetzt Syrien angesprochen. Ich sehe da ein Problem. Ich habe syrische Flüchtlinge hier erlebt, die mir erzählen wollten, dass die Hamas keine Terrororganisation ist, weil die Al-Nusra-Front keine Terrororganisation sei. Und dann weiß ich nicht mehr, wie ich da weiter diskutieren soll, wenn jemand Al-Qaeda nicht als Terrororganisation und als schlimme Terrororganisation ansieht. Aber es gibt natürlich syrische Ärzte. Also hier gerade in Hamburg, siehst du, sie gibt es wirklich, das war ja damals, das steht vor syrische Ärzte. In Hamburg siehst du das. Wir haben hier ein Problem in der medizinischen Versorgung, auch dadurch gelöst, dass es viele Menschen gibt, die zum Beispiel aus Syrien, aus dem Iran und so, die Arztpraxen übernommen haben. Was schätzt du denn, um welchen Faktor oder prozentual uns diese aus Syrien eingewanderten Ärzte erleichtern, was das Gesundheitssystem betrifft? Das weiß ich nicht, ob sie das tun. Es gibt ja auch andere, die nicht Ärzte sind und zum Arzt gehen müssen und das Gesundheitssystem belasten. Aber ich glaube, du hast jetzt gesagt, aus diesen Ländern, das heißt, du lehnst Zuwanderung nicht grundsätzlich ab. Ich lehne Zuwanderung nicht mal aus diesen Ländern grundsätzlich ab. Ja. Ich lehne bedingungslose Zuwanderung von Leuten, die hier vor allem als Arbeitsmigraten ankommen und angesiedelt werden, um dann später Wählerstimmen zu generieren, ab, die dieses Land hier kulturell massivst negativ beeinträchtigen. Um ganz kurz bei den Ärzten zu bleiben, es gibt einen wunderschönen Artikel von Zeit Online. Mehr als 60.000 ausländische Ärzte in Deutschland nennt er sich. Und darin findest du Zahlen. Witzigerweise für die Syrer, die du angesprochen hast. Und wenn du da mal durchrechnest, wie viele Syrer haben wir hier im Land und wie viele davon sind Ärzte, stellst du fest, dass die auf den gleichen Schnitt kommen wie die Deutschen. Das heißt, die syrischen Ärzte, die reichen mehr oder weniger exakt aus, um die syrischen Menschen in Deutschland zu versorgen. Bei den Türken ist es so, dass deren Schnitt um ein Zwölftel oder sowas so hoch ist, wie der der Deutschen. Also bei Ärzten aus der Türkei ist es so, dass noch deutsche Ärzte abgestellt werden müssen, um Türken zu versorgen, die eben keine Ärzte sind. Also auch das ist leider kein argumentativ für Zuwanderung. Es war ja damals keine Asyl. Es gibt natürlich Türken, vor allem auch Kurden, Aleviten und so, die unter der Militärdiktatur geflohen sind, Asyl beantragt haben, aber ein Großteil der türkischen Zuwanderung war ja die sogenannten Fremdarbeiter. Das war ja auch so geplant, dass das jetzt keine hochqualifizierten Menschen sind, sondern Menschen, die in den Fabriken die Arbeit übernehmen in den 60er, 70er Jahren vor allen Dingen. Aber ich glaube, wenn du jetzt sagst, du lehst das nicht grundsätzlich ab, es bringt jetzt nichts, sich da über Details zu unterhalten. Da haben wir sicherlich unterschiedliche Auffassungen. Ich finde das eben nicht, dass das ein Detail ist. Ich möchte kurz an einen Taz-Artikel aus dem Jahr 2008 erinnern. Türken gehen in Berlin unter. 75 Prozent der Migranten türkische Herkunft haben keinen Schulabschluss. Fast jeder Zweite ist arbeitslos. Also so sieht das dann 60 Jahre später aus, nachdem wir Gastarbeiter holen, die ja dann einfache Jobs ausüben und so weiter. Die Hälfte arbeitet gar nicht. Ja, aber wie sieht das ja mit den deutschen Kindern von Fabrikarbeiterinnen aus? Haben die alle einen Doktor-Titel? Das weiß ich, aber selbst wenn, dann sind die unser Problem. Also die Deutschen, die Probleme machen, weil sie keine Ahnung, nicht arbeiten oder warum auch immer. Die sind halt unser Problem. Die Zuwanderung aus islamisch geprägten Ländern ist eben eigentlich nicht unser Problem. Ja, mir geht es nochmal deutlich zu machen hier, dass es nicht einen Argument gibt für Zuwanderung aus, ich fasse es mal grob zusammen, der dritten Welt islamischer Prägung. Ja, Kasper, dann würde es wahrscheinlich nicht passieren. Also ich bin da, ich glaube, die Eliten sind nicht nur darauf aus, sich selbst und ihre Länder zu zerstören, sondern wir haben da knallharte wirtschaftliche Interessen. Sie wollen die Löhne drücken. Es geht um politische Macht. Naja, die Löhne drücken, also das mag ja alles sein. Jetzt ist die Frage, ist es das wert, wenn du für jeden Syrer, der hier irgendwo arbeitet, zwei weitere hast, die im Stadtzentrum rumlungern und nichts zu tun haben? Also ist es das dann wert? Den einen musst du bezahlen, den anderen nicht. Also die Sozialabgaben zahlst du ja als Unternehmer nicht. Klar, als Siemens gebe ich dir recht. Die haben uns ja damals auch ein Wirtschaftswunder versprochen. Ja, Daimler, der Daimler-Chef warst, glaube ich, damals, der uns ein Wirtschaftswunder dank der Flüchtlinge versprochen hat. Nichts der Gleichnis eingetreten. Es ist einfach alles in einer Scheißkatastrophe geendet. Und also ich, wieso mache ich jetzt hier so viel Druck bei diesem Thema, Bijan? Ich will gerade mal so ein bisschen vorfühlen, was denkst du eigentlich wirklich? Und ich habe halt den Eindruck, dass du mit dem BSW zu tun hast und von daher... Ich habe viele Freunde beim BSW. Ich bin dem BSW nicht beigetreten aus gutem Grund. Nein, ich finde es überhaupt nicht. Ich kritisiere Freunde auch gerne. Und die meisten meiner Freunde, die schon länger mit mir befreundet sind, können das auch ganz gut ab. Nicht alle schätzen das. Aber ich finde, das BSW hat viele Fehler gemacht. Schon jetzt. Und in Thüringen sieht man das besonders deutlich. Ich denke aber auch, dass beim BSW viele positive Entwicklungen zu sehen sind. Zum Beispiel in Brandenburg fand ich es sehr geschickt von Herrn Krumbach, der dann, als er kritisiert wurde, warum er mit der AfD reden würde. Sie hätten noch Koalitions- und Sondierungsgespräche mit der AfD ausgeschlossen, hat er gesagt, ja. Aber er führt ja auch nur Gespräche. Keine Sondierungsgespräche. Oder in Sachsen, wo Sabine Zimmermann, die ja auch führende Linken-Politikerin war, dann jetzt dafür gesorgt hat, dass ein Corona-Untersuchungsausschuss im Parlament zwischen der AfD und dem BSW zustande gekommen ist. Das sind Entwicklungen, die hätte man glaube ich sonst nicht gesehen. Waren die Stimmen des BSW da nötig? Soweit ich weiß, ja. Nee, wahnsinnig. Sagt sie, sie waren nicht nötig, um den Untersuchungsausschuss einzusetzen? Nein. Hätte die AfD, also es war klar, die AfD kriegt das sowieso durch. Dann hat man sich da rangehangen. Wie ist das in Thüringen gelaufen? Nee, das war ja schon, das lasse ich denen jetzt nicht durchgehen, weil das war ja schon vor der Wahl so, dass das im Wahlprogramm stand und Sabine Zimmermann... Stand das nicht in Thüringen auch im Wahlprogramm? Und damit hat man davon Abstand genommen? Stand nicht im Wahlprogramm drinnen, dass wir alle möglichen Positionen vertreten oder mit allen bereit sind, Gespräche zu führen und gemeinsam zu regieren und Leute zu dulden und so weiter, sofern folgende Punkte berücksichtigt werden. Ukraine, Corona-Untersuchungsausschuss, dies, das und von allen Positionen ist man abgerückt. Das heißt ja jetzt umgekehrt, dass in Sachsen dann eine Koalition wählen eigentlich nur mit der AfD zustande kommen dürfte, wenn man das ernst nimmt. Also ich sage, da ist was dahinter und da gibt es Unterschiede und da muss man sich genau angucken, was die Leute vor Ort da auch machen. Aber wie gesagt, ich bin kein Mitglied des BSW und ich bin sehr gespannt, ich gucke es mir weiter an, was da passiert. Ich habe nicht viel mehr Hoffnung als bei der AfD. Du scheinst sehr viel Hoffnung in die AfD zu setzen. Du kennst ja glaube ich auch einige Leute besser als ich. Ich sehe das ja mehr von außen und ich hoffe, dass sich politisch was Positives in Deutschland verändert. Aber ich muss sagen, ich glaube, Demokratie ist eine gute Sache. Vor allen Dingen nicht deswegen, weil man Regierungen abwählen kann, sondern weil Regierungen Angst davor haben, abgewählt zu werden und dann ihre Politik schon vorauseilenden Gehorsam ändern. Das ist meine Hoffnung, weil wir haben auch nicht so ewig viel Zeit. Wir müssen unbedingt zurück zur Rahmenhandlung. Ich fahre das jetzt kurz, kommen wir zum eigentlichen Kracher. Die Rückabwicklung von Joe Bidens grünem Kurs zählt zu Donald Trumps, so steht es da, wichtigsten Wahlversprechen. Die USA müssten zum günstigsten Energiestandort der Welt werden. Dazu sollen neue Gas- und Ölgebiete erschlossen und entsprechende Kraftwerke gebaut werden. Habe ich ihn jetzt madig gemacht? Nein, das hat er ja in seiner ersten Amtszeit auch schon geschafft, dass Amerika in der Energiefrage unabhängig geworden ist und Energie auch exportiert hat. Also vielleicht muss ich das kurz erläutern. Der Witz ist der, dass der Stern letztendlich, wenn du genau liest, hier Wahlwerbung für Trump macht. Aber das Ganze verpackt, als das sind Donald Trumps drastische Wahlversprechen und deren Folgen. Oh nein! Er will Joe Bidens grünen Kurs rückabwickeln und energiegünstig machen. Ja, was für ein Unmensch. Okay, und zu guter Letzt, der Ukraine-Krieg, bla bla bla. Außerdem bleibt er dabei, dass mit ihm als US-Präsident in der kürzester Zeit Frieden herrschen würde, wie er das umsetzen will ohne die Ukraine Russland vor die Füße zu werfen, lässt er allerdings offen. Das ist an der Stelle eine für unsere Presse übliche Halbwahrheit. Also ja, er hat das nie konkret erläutert. Er hat allerdings konkret erläutert, wieso er das nicht konkret erläutern kann. Das erwähnt man an der Stelle aber nicht. Zuletzt hat er das getan beim Interview bei Joe Rogan. Er sieht das als eine Art Geschäftsdeal, der nur funktioniert, denn eben nicht alle Informationen an allen Seiten öffentlich sind. Also er sagt, er weiß, was er dem einen sagen wird und er weiß, was er dem anderen sagen wird und ist davon überzeugt, damit die beiden an einen Tisch zu bekommen. Und er ist sich halt so sicher, dass er das richtige Angebot für beide hat, das er versprochen hat, noch als President-Elect, also bevor er das Amt tatsächlich antritt, diesen Konflikt beizulegen. Gut. Ja, du hast jetzt ja den wichtigsten Punkt angesprochen, warum ich eine Wahl von Donald Trump neben der Meinungsfreiheit eben befürworten würde, nämlich weil er den Konflikt in der Ukraine, der uns gerade massiv belastet, ich würde sogar behaupten, noch mehr als das von euch viel thematisierte Migrationsthema. Ich glaube, wenn man in die Supermärkte geht, wenn man die steigenden Preise sich anguckt, das ist, die Inflation ist durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst. Aber da wirst du wahrscheinlich eine andere Auffassung haben, du wirst mir aber zustimmen, glaube ich, dass das ein Problem ist. Ja, ist ja auch okay. Das ist ja auch spekulativ. Allerdings habe ich halt ein größeres Problem damit, zu sehen, dass dieses Land hier stirbt, Bijan, dass dieses Land hier stirbt, dass wenn es so weitergeht, ich weiß, ich weiß, dass diese Wirtschaftszone, die man aus diesem Land hier gemacht hat, dass die bestenfalls auch den Namen Deutschland tragen wird in 30, 40, 50 Jahren, aber von Deutschland wenig zu erkennen sein wird. Also ja, das besorgt mich doch ein bisschen mehr als der Krieg in der Ukraine. Ja, aber das ist einer der Gründe. Und zwar in der wirtschaftlichen, also du wirst jetzt den kulturellen Aspekt wieder hochhalten, aber aus meiner Sicht ist das Problem für Deutschland, Deutschland ist ein Industrieland. Die Industrialisierung hat Deutschland zu dem gemacht, was es ist. Polen ist ebenfalls ein Industrieland? Also ja, es gibt viele Industrieländer, aber ich sage, Deutschland ist das Industrieland. So wie das Auto. Ich meine, auch das nicht mehr lange, aber bitte fahre fort. Und jetzt werden Volkswagen-Fabriken geschlossen. Jetzt muss BASF gucken, dass sie in Amerika und in China neue Fabriken bauen, weil sie hier eine chemische Industrie... Unter uns, unter uns, all diese Meldungen, die bekomme ich mit und denken wir insgeheim immer wieder mal, wenn ich das nicht vergesse, daran zu denken, aber immer mal wieder kommt dieser Gedanke hoch, ey, vielleicht ist das die Katastrophe, die wir brauchen, damit dieser Kurs hier aufhört. Weil du kannst dir sicher sein, dass ein Großteil der Zuwanderer, die haben ihre Loyalität nicht bei diesem Land hier. Die sind hier, weil das halt eine Wirtschaftszone ist, die sie mit offenen Armen empfängt, wenn sie kein Bock haben zu arbeiten, Sozialleistungen auszahlt und so weiter und so weiter. Oder selbst ein Krieg. Also selbst bei einem Krieg habe ich durchaus aber zu den Gedanken, ey, das könnte der magische Moment sein, wo du am Ende erkennst, wer bekennt sich zu diesem Land und wer nicht. Weil die Leute, die in Deutschland passen, aber wenn du sie selber fragst, was sie für Landsleute sind, die sagen, sie seien Türken oder Syrer oder sonst was, die werden hier nicht an der Front verrecken gegen die Russen. Dann ist das ein Programm, dass es einem so scheiße gehen muss in Deutschland, also auch uns beiden, dass niemand mehr herkommen möchte. Kurz gefasst jetzt. Ja, und die Leute, die hier sind, aber hier eigentlich nichts zu suchen haben, abreißen. Ja, aber wenn du jetzt Marxist wärst oder Linke oder so, würde man dir vorwürfen, du würdest eine Verelendungstheorie vertreten. Also, dass die große proletarische Weltrevolution erst dann eintritt, wenn es den Leuten nicht geschlecht wird. nein, 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 ganz kurz, ganz kurz. Du hast mich nicht verstanden. Ich gehe nicht davon aus, dass der Proletarier eine Revolution starten wird. Aber hier sind andere Revolutions. Sagen wir mal, die Russen greifen Deutschland an und es bricht ein Zehn Jahre während der Krieg aus. Wenn dieser Krieg vorbei ist, ist es scheißegal. Wir machen ein Gedankenspiel und dieser Krieg ist vorbei und die Russen ziehen sich zurück. Deutschland bleibt in den Grenzen weitestgehend erhalten als Deutschland. Du kannst dir sicher sein, dass nahezu 100 Prozent der Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch in Deutschland leben, sagen, ich bekenne mich zu diesem Land. Ich möchte Teil dieses Land sein. Ich möchte Teil dieser Bevölkerung sein. Ich bin kein Türke mit einem deutschen Pass oder sowas. Ich bin Deutscher. Und da kannst du jetzt auch ein ethnischer Türke sein oder nicht. Das ist mir völlig egal. Aber in dem Moment Willst du das? Würde es, will ich was? Dass ein ethnischer Türke sagt, ich bin Deutscher. Ich glaube, ja, ich glaube dir das, aber ich glaube, es ist eine Neuentwicklung in der Rechten. Ich glaube, vor 30, 40 Jahren war das eine, wenn überhaupt, extreme Minderheitenmeinung, dass man gesagt hat, ich möchte das. Und da war das für diese Menschen dann auch, glaube ich, schwierig. Bijan, Bijan, Bijan. Wir hätten, also ich würde jetzt mal grob schätzen, dass unsere Probleme noch ein Zwanzigstel so groß wären, wie sie es aktuell sind, wenn die Leute, die hier, oder sagen wir mal so, wenn die Leute, die einen deutschen Pass überreicht bekommen, sich tatsächlich mit diesem Land identifizieren. Also, was da zum Beispiel kleiner Indikator hieße, dass man den Sohn Michael nennt und nicht Ur, U-G-U-R geschrieben. Was kein Deutscher aussprechen kann, wenn er den Namen liest. Also, das wäre ein Teil davon. Assimilation. Mir ist es scheißegal, wie die Leute genetisch aufgestürzt sind. In eine Richtung. Mir ist es wichtig, wo liegt die Loyalität dieser Leute? Und es gibt hier einen erschreckend hohen Anteil an Personen in diesem Land mit einem deutschen Pass, die würden zum Beispiel im Falle eines Krieges mit Deutschland und Land XYZ und so weiter, ja, nicht auf Seiten Deutschlands kämpfen. Ich würde wahrscheinlich auch nicht auf Seiten Deutschlands kämpfen, so wie die Kriege in letzter Zeit laufen. Ich weiß nicht, würdest du nach Afghanistan fliegen, um da auf Seiten Deutschlands? Nein, 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 nein. Wir reden, wir reden von einem Angriffskrieg, wir reden von einem Angriffskrieg, von in deinem Fall nehmen wir den Iran. Der Iran greift jetzt Deutschland an. Du musst kämpfen. Für welche Seite kämpfst du? Ja, selbst, wenn ich jetzt kritisiert habe, dass die freilich-demokratische Grundordnung bei uns den Bach runtergeht, natürlich für dieses Land, wo ich meine Meinung frei sagen kann, ohne mit der Todesstrafe bedroht zu werden. Das ist doch völlig klar. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Also wenn du jetzt Iran nimmst mit der aktuellen Situation, wo, ja, also viel schlimmer geht es kaum. Nein, aber ich denke, was du ansprichst, das ist eine Entwicklung, ich finde die positiv. In Amerika gibt es ja, glaube ich, auch in den politischen Rechten nicht diesen ethnischen Begriff oder nicht mehr. Irgendwann gab es bei meinem KKK, und das ermöglicht es dann auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, sich da politisch zuzuordnen. Die Republikanische Partei ist die Partei, die die Staberei abgeschafft hat in Amerika. Das vergisst man heute, wenn man, ne? Auch deswegen war sie in Europa lange Zeit sehr unbeliebt. Aber, nee, das ist in Deutschland eine neue Entwicklung. Und als ich in der Grundschule war, wurde mir gesagt, die NPD ist böse. Das würden, glaube ich, heute immer noch die meisten sagen. Und das fand ich dann spannend, warum sind die böse und so. So, ja, früher und so, jetzt und so, kann man nicht mit denen reden. Und du nicht. Warum kann ich nicht mit denen? Warum kann ich da nicht mit denen? Ja, also, mit denen reden die nicht, ich bringe die um. das fand ich dann irgendwie unlogical. Und jetzt komme ich ja auch, also mein Vater kommt aus dem Iran. Iran heißt Land der Aria. Deswegen sagen einige lieber Perser. Warum will die NPD jetzt in Deutschland lebende Aria umbringen? Für mich nicht so wenig. Ich habe dann in der Grundschule, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung davon, wie sich der Aria-Begriff im Dritten Reich gegen Ende hin auch geändert hat. Und das auch von einigen führenden NSDAP-Leuten kritisch gesehen wurde, dass so ein linguistischer Begriff ursächlich für die Rassengesetzgebung war. Aber ich glaube, da hat sich was verändert. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich heute viele Menschen mit Migrationshintergrund, auch aus dem ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel, die in rechten Kreisen sehr willkommen sind. auch quasi Neonazi-Kreisen willkommen sind. Das ist eine neue Entwicklung. Sicherlich. Also, ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß das nicht, wie das der Neonazi-Kreisen ist. Ich kann dir sagen, was ich so bekomme in rechten Kreisen ist, das nehmen wir ein Paradebeispiel. Ferros Khan herzlichst willkommen ist, ja. Dieser Mann identifiziert sich ohne jeden Zweifel mit diesem Land hier und nicht mit Pakistan. Aber das hätte vor 40 Jahren trotzdem nichts ausgemacht. Er wäre trotzdem nicht bei einer Neonazi-Veranstaltung in, ja, was weiß ich, in der Kneipe eingeladen worden. Das wäre halt nicht möglich gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob das heute möglich wäre. Also, das ist die Frage, wie definierst du den Neonazi? Also, jetzt wird es für die Sofa-Stadt ist auch gar nicht so wichtig. Ich nehme an, es gibt noch heute Elemente So, korrektiv würde ich sagen, das hier ist der größte Nazi-Podcast der Republik. Ja, okay. Autistische Transmuslimer mit iranischem Migrationshintergrund und unterhalte mich hier gerade ziemlich lange und nervig für die Zuschauer mit dir. Aber es ist möglich. Und das ist so eine Sache, ich glaube, ist ja andersrum nicht möglich. Wirst du schon linksextremen Podcasts eingeladen? Ich werde nicht mehr von, doch, obwohl ich, ich hätte gerade was falsch gesagt, also von sanft linken Podcasts eingeladen. Doch, das ist durchaus möglich. Aber nein, also von Podcasts, die eindeutig links sind, nicht linksextremen, aber eindeutig links, wirst du als dezidiert nicht linker nicht eingeladen. Weil du würdest ja die Traumblase zum Platzen bringen. Also weil die Argumente einfach dermaßen schwach aufgestellt sind, dass es sich ja die Blöße geben müssten. Das ist ja die Sache. Diese Leute wissen ja insgeheim, dass sie halt Stoß reden. Also das, so erkläre ich mir das zumindest. Achso, absolut recht. Ein Teil bei vielen Leuten, die kenne ich auch persönlich. Aber es ist noch was anderes, nämlich es ist, dass die das dir nicht jetzt sagen, das ist aber mutig, dass du dich hier mit Bichern streitest. Sondern die sagen, das ist ein Zeichen deiner Schwäche. Also dein Co-host sitzt im Knast und jetzt findest du gar keinen Gast mehr. Jetzt musst du Bichern, den wir Gott sei Dank nicht mehr bei unseren Parteitagen ertragen müssen, den musst du jetzt dein Publikum vorsetzen. So sehen die das. Das wäre ja noch Quatsch. Ja, ist absurd. Ich weiß, ich weiß. Aber weißt du, das ist sozusagen das, was du sozusagen denkst, jetzt bin ich mal fair. Ritterlich. Und so, deswegen sehen die nur Schwäche. Okay. Dann Feierabend. Du hast jetzt gerne noch eine Minute oder zwei. Kannst du erzählen, was du willst? Und ich bin danach ganz schnell raus. Ich muss noch ein paar Sachen hin und dann ab in die Kiste. Alter. Wichern, du hast das Wort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und die Mitte bis zum nächsten Mal. So, du hast das Wort, Wichern. Vielen, vielen Dank, Kasper, dass du es über dich hast ergehen lassen, diese verbale Folter. Die beste Waffe gegen den politischen Islam ist aus meiner Sicht der Marxismus als Analyseinstrument. Aber vielleicht findet ihr auch andere. Und ich sage euch, bildet Banden. Werdet aktiv. Zeigt euch solidarisch mit Menschen, die als politische Häftlinge vom System eingeknastet werden. Und kümmert euch darum, nicht nur finanziell, auch auf andere Art und Weise Schlomo den Rücken zu stärken. Weil wenn wir bei Schlomo nicht die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit verteidigen, dann wird sie ganz abgeschafft werden. Und dann ist es, wie Martin Niemöller gesagt hat, erst mal kam sie für die Kommunisten, ich bin ja kein Kommunist, dann kam sie für Juden, ich bin ja kein Jude. Und am Ende kam sie dann für mich. Und dann war niemand mehr da, der solidarisch sein konnte. Und das wollen wir hier nicht hoffen. Wir hoffen, dass wir Schlomo freikriegen. Das wird anstrengend, aber ich hoffe, ich habe euch genug genervt, weil die Vorstellung, dass ihr mich noch häufiger ertragen müsst in der Wabe, die sollte Motivation genug sein, dass ihr euren Schlomo wieder rausholt aus dem Knast. Dann seid ihr sicher, könnt ihr sozusagen mich vergessen. Solange er in Haft ist, werde ich laut bleiben und auch stundenlang euch verbal weiter foltern. Ja, das war eine Drohung. Und damit ist es aber für heute dann wirklich, denke ich, vorbei.